Guten Morgen! Und herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Wir sind schon dabei, ins Wasser zu gehen. An einem richtig schönen Strand im Süden Portugals. Es ist jetzt 6.45 Uhr. Der Halbmond steht da oben. Später kommt auch noch Andi wieder mit vorbei. Dann könnt ihr euch vielleicht auch aus anderen Folgen. Und dann surfen wir zusammen einfach weiter. Dann geht es nach Hause, wird gefrühstückt. Dann packe ich meine Freundin ein und dann gehen wir wieder surfen. Wahrscheinlich. So sieht der Sonntag heute aus. Und ihr seid mit dabei. Los geht's. Die Bedingungen heute sind 4 bis 6 Fuß bei 13 Sekunden. Mit einem ganz leichten Offshore-Winter. Also was ja morgens am unangenehmsten ist, ist barfuß durch den kalten Sand laufen. Weil der ist so kalt wie die Luft gefühlt und es hat 9 Grad. Und dann ins Wasser rein zu gehen, das macht dann immer richtig schöne, fast warme Füße. Weil das Wasser hat so um die 17, 18 Grad. Würde ich schätzen. Das fühlt sich dann immer richtig warm an. Das Wasser ist auch nicht so warm. Könnt ihr sehen, wie das Wasser dampft? Und die Luft ist so kalt, dass das nicht ganz so kalte Wasser richtig schön am dampfen ist. Wow. Das Wasser ist so kalt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit einer schönen, schnellen, steilen Wand Und das will ich jetzt ausprobieren, genau die zu erwischen Und abgesehen davon ist es auch einfach so wunderschön gerade Die Sonne geht auf, irgendwo noch ganz tief hinter den Hügeln Und hier seht ihr den Nebel Von dem bisschen wärmeren Wasser Wie er in die kalte Luft aufsteigt Das was jetzt hier hinten kommt, das könnte so eine sein Drückt mir mal die Daumen Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.